ADRENALIN, 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 ADRENALIN Wir sind hier! Ooooooh! Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, bevor das Video anfängt, kann ich euch jetzt mal das größte Geheimnis verraten. Es haben sich einfach so viele Leute gefragt, ob ich wieder das zweite Mal bei Big Bounce dabei bin. Und Leute, jetzt verrate ich es euch, ich bin bei der zweiten Staffel von Big Bounce wieder dabei. Für die, die das noch nicht kennen, ich war bei der ersten Staffel schon dabei. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Man spielt auch ganz klasse auf dem Trampolin, ehrlicherweise. Wirklich nur die große Opa! Jetzt die fliegende Treppe, das ist so hoch, 5,20 Meter, keine Ahnung! Wer kommt zum Schnee, der braucht die Hände gar nicht! Und Leute, Big Bounce geht wieder los ab dem 25.01. um 20.15 Uhr auf RTL. Das ist wieder ein Freitag und das wird auf jeden Fall richtig krass, Leute. Also merkt euch den 25.01. Chrissi ist jetzt gerade noch drin, der zieht sich an. Und wir werden gleich zu den Trampolingen gehen und werden dann unsere Leiter, wir haben ja da so eine Leiter stehen, einfach noch eine Leiter ran bauen und vielleicht sogar noch eine, also zwei Leiter noch ran bauen, sodass wir nachher richtig hochkommen und von oben runter springen können. Das wird richtig krass, Leute. Und ich würde sagen, ich will jetzt mal Chrissi und dann geht's los! So Leute, Chrissi ist jetzt auch rausgekommen und wir haben jetzt zwei Leitern. Einmal so eine lange Leiter und ein paar kurze. Und ich glaube, wir werden jetzt mal anfangen, hier die große reinzumachen. Mal gucken, ob das auch schon reicht. Ansonsten sind hier noch die anderen drei und das werden wir dann auch noch mal verlängern. Ich glaube, ich muss einfach einen Bauchklatscher. Na ja, komm. Das brauche ich an. Es ist schon krass, aber es könnte höher sein. Boah, man hat ja übelst vier Bauer, Leute. So Leute, wir haben jetzt gemerkt von der Höhe so, dass es stört uns eigentlich noch nicht. Daran sind wir bestimmt gewöhnt. Und wir werden jetzt die Leiter komplett nach oben machen und mal gucken. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung und wir werden uns jetzt auch erst mal die Matte holen. Ich glaube, wir machen einen Bauchklatscher. Ja, klar. Ja, komm, ich muss jetzt mal drauf gehen. Oh mein Gott, Freunde. Wie geil. Nur ein bisschen. Wir treffen uns wieder nach all diesen Jahren. Nach all diesen Jahren. Wir sind so weit gefahren. Heiligen Damen. Oh mein Gott. Wir brechen Tabus. Erzählen uns Geschichten von hässlicher Liebe und schlechten Tattoos. Hören das Donner der Schienen im Trakt der letzten Züge. Fliegen mitten ins Getriebe. So Leute, jetzt haben wir die Leiter einfach nochmal auf sieben Meter erhöht. Hier ist die erste Leiter. Hier ist unsere zweite. Und dann haben wir einfach noch eine rangemacht, Leute. Das sind sieben Meter. So Leute, jetzt geht's los. Das ist so hoch, ne? Die Dunkele. Schießen auf Drohnen. Alles verziehen. Zehn runter von zehn. Cape Canaveral beam uns nach oben. Will nicht vergessen wie noch nie. Geht in Deckung, ich hab zu viel Energie. Bevor die Sonne ausgeht, lass mich scheinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Ebel. Oh, ha. Ich will scheinen, ich will scheinen. Bevor die Sonne aufgeht, lass mich scheinen. Heller als der Mond, lass mich nicht allein. Nein, 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 zehn Milliarden von heut' Supernova, Supernova Alles bewegt sich in Zeitlupe, hängt an der Theke wie'n Weichstuhl, ja Welle nach Welle, der Typhoon reißt alles um mich mit Tanzfläche klebt, die meisten gegangen Wild im Moment, in Endlosschleife gefahren Der letzte Rausch, nicer Song, wir verschütten die Drinks So Freunde, wir werden jetzt die Motte wegbringen Dann werden wir die zusätzliche Leiter, die wir vorhin noch angemacht haben, wegmachen So, dass wir von zwei Leitern nur noch Tricks runter machen Und ich würde sagen, gar nicht so lange reden, wir fangen jetzt an, ne? Okay, los, komm Wie viel Power man einfach hat, Leute Leute, wir machen das so Wenn das Video 10.000 Likes bekommt Werde ich für euch den dreifachen Vorwärtshalte In einem extra Video nochmal raushauen Weil man hat dann mit der Leiter einfach so viel Power Und ich habe jetzt den doppelten Locker geschafft 10.000 ist schon ein bisschen viel, aber ich glaube, ihr könnt das schaffen, Leute Ihr seid eine krasse Community Also gebt dem Video einen Daumen nach oben Und bei 10.000 Likes haue ich den dreifachen Vorwärtshalte raus So, Leute, das war es auf jeden Fall schon wieder mit diesem Video Das war einfach richtig krass, Leute Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass Chrissy sich traut von ganz oben Bauchklatsche Also das traue ich mich noch nicht mal Aber ihr macht davon überall Bauchklatsche runter Also das war auf jeden Fall richtig krass, Leute Merkt euch, wie gesagt, den 25.01. Weil da beginnt wieder Big Bounce, Leute Und drückt euch auf jeden Fall die Daumen, das wird richtig krass Um 20.15 RTL, merkt euch das Und gebt dem Video einen Daumen nach oben Weil bei 10.000 Likes haue ich den dreifachen Salto raus Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall krass, aber ich glaube, ihr könnt es schaffen 10.000 Likes, Leute Und wer euch das Video gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt Genau, und dann würde ich schon wieder sagen Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.